Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry. Ja, wir sind im Sumpf. Wir haben eine stürmische Bootsfahrt hinter uns und jetzt geht es natürlich sofort weiter. Gucken wir mal unseren Status, was wir hier haben. Okay, die haben wir, ja, die Position sieht gut aus. Da laden wir mal nach. Nochmal durch, ob da sich irgendwas rumtreibt. Da laden wir auch nach. Und dann geht es auch sofort weiter. So, da laden wir auch nach. Gut. Ja, wir sollten hier vorne dieses kleine Lager einnehmen. Na, dann gucken wir mal, wa? Die verfolgt mich. Ich kenn dich nicht. Geh weg. Ja, toll. Seh ich nicht so lauter Grashalme. Sag mal, wie weit liegt denn der auf dem... Was? Oh. Hey. Spinnst du? Schießt auf mich. Oh, ab. Schießt auf mich. Wir sind direkt vor uns. Ja, ich seh das. Du schießt auf mich, du blöde Kuh. So. Hör mal auf, auf mich zu schießen, ey. Echt? Das geht dir wohl gar nicht. Was war das? Schnappt ihn auf! Boah. Nein. Ich komme, um dich zu holen. Ist alles okay. Verdammt. Wir sind gut. Oh, sie zeigen sich. Da ist jemand an uns dran. Ich kann auch durch Wände schießen, nicht nur ihr. So. Blöde Kuh, die schießt auf mich, ey. Jack, Val, habe soeben von der Einsatzleitung das Go bekommen. Die haben die Situation ausgewertet. Der Hauptbereich soll zerstört werden. Wir müssen uns um zwei Dinge Sorgen machen. Um den Hauptbereich und um einen Außenposten. Wenn wir beides zerstören wollen, müssen wir uns die Atombombe besorgen. Die Atombombe? Sind Sie irre? Beruhigen Sie sich. Es ist eine Mini-Atombombe. Die Sprengwirkung reicht gerade mal aus, um die Einrichtungen zu zerstören. Abgesehen davon sind wir längst in Sicherheit, wenn die hochgeht. Wenn du noch einmal auf mich schießt, noch einmal. Ich habe in der Nähe ein kleines Lager entdeckt. Dann kriegst du da richtig Probleme, ist das klar. Meine Herren, echt. So, jetzt. Du hast doch keine Ahnung, was wir hier überhaupt machen, ne? Schießt die schon wieder auf. Die schießt wieder auf mich, die blöde Kuh. Jetzt müssen wir gucken, dass wenn der jetzt hier rauskommt, rennt. Wer ist da? Pfff, alter. Ja, 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 ja. Für dich hat der Spaß jetzt dein Ende. Vorsicht, da hängt jemand an uns dran. Leck mich am Arsch. Okay, wir müssen... Wir müssen hier halt noch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Wir müssen uns um zwei Dinge Sorgen machen. Um den Hauptbereich und um einen Außenposten. Wenn wir beides zerstören wollen, müssen wir uns die Atombombe besorgen. Die Atombombe? Sind Sie irre? Beruhigen Sie sich. Es ist eine Mini-Atombombe. Die Sprengwirkung reicht gerade mal aus, um die Einrichtungen zu zerstören. Abgesehen davon sind wir längst in Sicherheit, wenn die hochgeht. Eine Mini-Atombombe, ja klar. Ich habe in der Nähe ein kleines Lager entdeckt. Scheint mir der ideale Ort zu sein, um ein Fahrzeug zu borgen. Hey, wer ist da? so ich glaube hier haben wir eine bessere position verdammt die sind gut da drüben wir haben gesellschaft ja dann mach mal was und baller nicht wieder auf mich zeigen sie es denen seien sie vorsichtig jack vorsicht da hängt jemand an uns dran da geht es verdammt die sind gut wir sind direkt vor uns da hängt jemand an uns dran da da auf dem Turm oben ist einer da jetzt gehen wir mal in das Haus rein schalten wir erst mal den Alarm ab da eine Machete was haben wir denn hier Mülleimer so wie sieht es denn hier aus Rüstung haben wir jetzt wieder voll bis die uns wieder das alles runter schießt da ist zu dann nehmen wir mal das Fahrzeug hier ne los geht's sie schießen bin schon dabei wir haben gesellschaft durch durch dieses Tor kommen wir nicht durch wir müssen einen anderen Weg durch hey du bist das ach du cool neune ok los geht's sie schießen können realizar gesellschaft schliamo durch dieses Tor kommen wir nicht durch wir müssen einen anderen Weg finden ach 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 Okay. So. Scheiße. Oh, das wird ja nervig. Los geht's! Sie schießen. Bin schon dabei. Wir haben nur sechs. Wir haben Gesellschaft. Durch dieses Tor kommen wir nicht zurück. Wir müssen einen anderen Weg ziehen. Darf doch nicht wahr sein, oder? Los geht's! Ohhhh. Ohhhh. Jack, hinter ihn! Ey, Alter, was ist das für eine Scheiße? Los geht's! Sie schießen! Bin schon dabei! Wir haben Gesellschaft! Durch dieses Tor kommen wir nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wer ist es? Nimm das! Jack, hinter ihn! Ach, Mann, ey. Das ist gerade... Das ist schon... Los geht's! Echt. Sie schießen! Bin schon dabei! Wir haben Gesellschaft! Durch dieses Tor kommen wir nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Üblich! Genau! Hinter ihn! Nein! In allem! So. Der Weg ist versperrt. Und uns geht die Munition auch aus. Los geht's. Sie schießen. Bin schon dabei. Wir haben Gesellschaft. Durch dieses Tor kommen wir nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Jack, hinter ihm! Der Weg ist versperrt. Darf doch nicht wahr sein. Ich brauche einen Schluck Kaffee im Moment. Los geht's. So, jetzt. Bin schon dabei. Wir haben Gesellschaft. Daneben. Daneben. Durch dieses Tor kommen wir nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja. Naja, schau mal. Ab. Oh ja. Hinter ihm. So, jetzt aber richtig. Los geht's. Sie schießen. Bin schon dabei. Wer ist da? Wir haben Gesellschaft. Durch dieses Tor kommen wir nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh mein Gott. Schaffen wir's diesmal? Ich weiß ja gar nicht, wie weit die fährt. Na gut. Wir müssen uns die Position des Sicherheitsterminals durchgeben. Moment, ich schicke die Koordinaten. Daten sind angekommen. Okay, ich erkläre Ihnen, was zu tun ist. Sie müssen in das Lager eindringen und mir den Weg freimachen. Ich deaktiviere dann von dort das Sicherheitsnetz. Wenn das erledigt ist, dringen wir in das Hauptlager ein, um die Atombombe zu stehlen. Moment mal. Ich fass keine Atombombe an. Nicht mal ne ganz kleine. Hat auch niemand verlangt. Ich kann das Ding alleine scharf machen. Sie müssen mir nur helfen, dorthin zu kommen. Sie stecken ja voller Überraschungen. So, wir müssen nur da rein. Mehr nicht. Na dann. Ist ja auch gar nicht bewacht oder sowas, ne? Die fallen aber auch. Auch nicht um, ne? So. Jetzt gucken wir mal nach dem hier. Vielleicht kriegen wir ja da zwei auf einer. So. Verdammt, die sind gut. Dich zerreiße ich in der Luft. Da drüben. Da drüben. Was ist denn hier los? Vorsicht, da hängt jemand an uns dran. Ich wollte jetzt gerade die Kanone nehmen. Aber so kommen wir gut rein. Wir sprengen uns einfach den Weg frei. Die wissen ja eh, dass wir da sind. So. Seien Sie vorsichtig, Jack. Zeigen Sie es denen. Nehmt das. Räuchert ihn aus. Wir haben Gesellschaft. Klar, schießt mich doch an. Verdammt, die sind gut. Darf doch nicht wahr sein. Die schießen zweimal auf mich und ich bin... Wofür habe ich überhaupt Rüstung? Ich habe keine Rüstung. Zeigen Sie es denen. Wir sind direkt vor uns. Zeigen Sie es denen. Wie gefällt dir das? Dich mache ich fertig. Zeigen Sie es denen. Zeigen Sie es denen. Du willst noch mehr? Ich habe noch mehr. Ist alles okay? So, wieviel kommen dann noch? Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Da kommen aber auch Leute raus, ey. Okay. Darf doch nicht wahr sein alles, ey. Wir sind hier bloß noch am sterben. Jetzt trinke ich dich. Nimm das! Wir haben Gesellschaft. Wir haben immer wieder eine Kraft. Er ist doch echt... Oh, ich sag's ja ganz ehrlich, ich bin bald froh, wenn wir dieses kleine Entablissement eingenommen haben. Vielleicht sollten wir auch, ja, ich guck jetzt einfach mal, wir sollten, vielleicht gibt's ja auch einen Nebeneingang, wo man nicht so bewacht ist. Wir gehen jetzt einfach mal da rum. So, da ist eine Tür, vielleicht ist die Tür ja offen. Ja, guck an. Alter. Was ist hier, Klo? Ich muss mal kurz, ja, Moment. So viel Zeit muss sein. Ey, was guckst du? Das Männerklo. Zeit für eine Kraft, Prügel! Zeigen Sie's denen! Der geht doch weg, dann. Was ist denn hier los? Hast du ihn? Gut. Mal gucken, ob sie hier noch irgendeine Rüstung. Hör mal doch mal mit, oder? Ist das okay? Drecksack. Wege wollen zuzerrenen. Naja, wenigstens haben wir wieder fürs Medizin. Was liegt denn hier noch rum? Munition, können wir alles nicht gebrauchen. Auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Gut. Okay, gehen wir mal da hoch. Kommen Sie her! Ich glaube, ich habe was entdeckt. Wir sollten jetzt in der Nähe des Terminals sein. Die sicheren Kontrollpunkte befinden sich auf den oberen Etagen. Ja, dann komm. Okay, ich hecke mich jetzt ins System. Beeilen Sie sich. Wer weiß, wie lange wir hier ungestürzt sind. Hab's fast. Geschafft. Fertig. Los, folgen Sie mir. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Das war es gerade ein bisschen... Ach, jetzt bleib doch stehen. So. Warten. Wo willst du denn hin? Hey. Du weißt, dass da draußen noch... Hey, Alte. Ja klar, renn doch einfach. Renn raus. Überraschung. Ich habe den Sicherheitscode für diese Tür. Sesam öffne dich. Ähm. Ja klar. Alter, wir haben... Ich mache eine Aufnahmepause. Ich habe es dir gesagt, wir machen eine Aufnahmepause. Also, dann melden wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. hier auf dem selben Kanal, zur selben Sendezeit. Und... Ja. Bis später. Ciao, ciao. Auf. Auf. Auf.